Pass jetzt mal auf, ich könnte überall wohnen, wo ich will, weißt du, warum ich doch immer hier wohne, um verfügbar zu sein. So bin ich dicht dran an allem, was ich tue. Wenn ich den Finger an den Puls lege, dann ich sofort, wer Tage gibt. Das muss man rechtzeitig erkennen, denn wenn du es nicht tust, dann buchert der Ader wie ein Krebs und könnte dich töten. Darum musst du nicht nur ausschlagen. Hab ich, hab ich, hab ich. Gib mir ein Mikrofon, weil die anderen scheiße rappen, sieh nur nach dem Beat-Ghetto, mein Floh bleibt 9-11. Ich geh auf Risiko, ich hab kein Businessplan, meine Denkweise, wenn kriminell, dann richtig brah.